Hi, schön, dass du eingeschaltet hast hier bei der Online-Marketing-Show, dem YouTube-Kanal, wenn es um mehr Erfolg im Geschäft geht. Kurz zu mir, mein Name ist Marcel Fischer, ich bin seit 13 Jahren begeisterter Online-Marketer, sozusagen einer der ersten Stunde und habe zusammen mit meinem Team in den letzten Jahren zahlreiche Unternehmen verschiedener Branchen digital erfolgreich gemacht. Wenn du selber ein Business hast oder darüber nachdenkst, online ein Business zu gründen, egal ob du Produkte verkaufst oder Dienstleistungen, dann bist du hier bei der Online-Marketing-Show genau richtig. Jeden Donnerstag, 18 Uhr, gibt es auf diesem Kanal ein neues Video rund um das Thema Online-Marketing. Ich freue mich, dich hier regelmäßig auf dem Kanal zu sehen und lass auch gerne ein Abo da. Ich bin raus.